Ich bin da halt ganz gut drin. Sie haben gesagt, dass du das nicht hast oder nicht schaffst gerade. Ja, ich hab ihn! Yes, Alter! Jetzt kannst du alles abbauen gehen. Unten und oben, schnell. Baue unten, oben, oben ab. Ja, und, und auch, unten auch. Schön, genauso, genauso, genauso. Und jetzt hast du ihn gleich! Ja! 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 Jo, hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. In dem heutigen Video habe ich mal wieder eine mega, mega geile Skywars Challenge dabei mit dem Enyard. Hallöchen! Mit dem mega, mega geilen Enyard. Hi! Oh ja, hi! Und zwar machen wir nämlich heute die, ja, wir dürfen uns eigentlich nur was Farmen-Challenge, so nach dem Motto. Und zwar dürfen wir uns ein Kid ausdrucken und damit müssen wir auf den Skywars-Inseln uns selber Schwertfarben oder Rüstung oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, das wird lustig und schwer. Es kann cool werden und, ähm, ich würde sagen, wir schlüpfen auch direkt in eine Runde rein, ähm, und lasst ein Like dafür, die sind mega geile Challenge, Leute. Let's go! Oh, like, 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 like! Okay, wir spielen auf der ersten Map a Dian, ne, und, ähm, wir haben jetzt beide das Miner-Kit genommen und du bist schon am Tias-Farm, sehr geil. Ich bin schon, ich bin schon Tias-Farm, ja, ja. Ey, es ist so komisch, wenn man nicht an die Kisten darf, ne? Es ist richtig komisch. Ja, ja. Ich hole mal hier Dingens, ne, so, so Bäumchen für Schwerfarschumme. Sollen wir uns? Alter, also, wir müssen echt Schwerter machen zuerst? Okay, wir machen jetzt hier Schwerter. Ja, ja, ich hab auch schon ein bisschen Gold oder so, irgendwie drei Gold hab ich. Es ist zwar nicht so viel und man sieht hier unten fast gar nichts, Alter. Äh, aber, sollte hinhauen. Ich bin hier einfach unten und hole es weg. Habt hier oben Sachen hingelegt. Okay, ja, ich komm gleich hoch. Ja, okay, dann hau ich auch mal weg. Ey, das ist, aber irgendwie macht das voll Spaß. Das ist mega, ne? Das macht voll Spaß. Aber hier ist nix. Äh, ja, du musst, du musst nach oben, mehr ist da nix mehr, glaub ich. Du musst nach oben, da hab ich dir Schuhe hingelegt und, äh, ein Schwert. Okay. Okay, zwei weitere Dias, aber... Warte, hier liegt was? Hier liegt ein DIA-Helm, den hab ich. Oh, nice. Nice, den hast du auch schon mal. Ja. Hier liegt Holz. Dann können wir mal, sollen wir mal rübergehen einfach mal zu denen? Ah, der ist aber auch voll DIA. Oder, oder wir machen das. Guck mal, wir haben ja hier Eisen, ne? Das könnten wir ja schmelzen, theoretisch. Ja, dann lass uns aber die Kohle noch abbauen und irgendwie auf den Baum gehen und dann da alles machen in Ruhe. Wir haben ja genügend Blöcke dabei. Komm mal mit nach oben. Ich komm mit nach oben. Stecken wir uns hoch. Und wir brauchen halt einen Safe-Weg. Sollte jemand ankommen, müssen wir halt irgendwie den Weg abbauen, dass die runterfliegen oder so. Na ey, das fackt so rad rumaufgekommen mit Muntan, ne? Du baust dich hoch, auf einmal bachst du zur Seite und fällst runter. Komm, wir können uns zur Border-Border-Bahn, das ist eh meine Lieblings-Taktik hier. Dann können wir nicht runterfliegen. Ah, ich weiß, was du vorerst, ey. Ah ja, ja, ja. Wir müssen, dann können wir immer wieder fahren, dann holst du gleich die DIAs, die Eisen-Dinger da weg und dann können wir so nach und nach immer wieder hinkommen, wenn irgendwie Probleme am Platz sind. Okay, ja, dann lass das mal so machen. Weil da Full DIA kommt gleich zu uns, musst du aufpassen. Der ist Full DIA, alter. Ey, das ist unglaublich. Ja, lauf. Ja, alles gut, alles gut. Okay, nice. Okay. Wir müssen den Unterhalt gewinnen und es darf. Was willst du halt machen? Ich könnte mir ne Hose machen, ne? Ich könnte mir ne Hose machen. Ja, ja, mach dir das gleich. Er kommt, pass auf, pass auf ihn auf. Du weißt ja, was ich vorhab. Ja, ja. Warte. Ich bin da halt ganz verrückt, du rin. Du hast das einfach nicht rast oder nicht schaffst gerade. Ja, ich hab ihn. Yes, alter. So muss es sein. Jawohl. Zwar den Staffen nicht bekommen, aber das ist ja egal erst, wahr? Ja. Die Grill hat auch nicht, aber egal. Ich hab eigene Halbherzen. Ey, nee. Wir können uns zu Angel machen. Kein Essen? Ja, ich mach dir mal hier. Ich kann mal versuchen, für dich einen Apfel zu bekommen oder so. Wir können Apfel farmen oder so. Anders geht's halt nicht. Ja, okay, lass es so machen. Guck mal, ohne Schaden zu bekommen. Ja, das ist doch so, so kenn ich dich. So, da drüben ist einer. Der MLG-Gott-Jan ist da gerade drüben. Ich kann auch, ich... Oh Mann, hier in der Kiste ist aber auch kein Essen. Ich würde zwar nicht rausnehmen, aber es wäre trotzdem schön gewesen. Ähm, der ist drüben. Ey, guck mal da. Ich hab nicht mal eine Hungerskeule voll. Und was machst du denn? Du hast echt so viel Hunger? Ja, ich hab Hunger. Du bist du unterernährt oder was? Ja, ich kann aber einfach das Laub abbauen oder kriegst du die oder was? Ja, einfach Laub abbauen. Okay. Dauert halt. Mit zwei Prozent Chance, ne? Als ob... Nee, komm schon. Pass auf, die beiden kommen aber gleich. Okay, dann, dann super. Und dann kommst du zurück. Die kommen jetzt zu uns nach oben. Pass auf, wir müssen, wir müssen jetzt gehen. Wir müssen uns nicht los. Wir müssen unsere Taktik aussitzen. Ich hab noch drei Eisen. Ja, ich hab halt fast gar nichts. Ein Diasch, ja? Der kommt. Und hat eben eine Spitzhacke. Alter, ey, der heißt auch Invis. Ich hab gerade eben einen mit Invis runtergebaut. Ich glaub, die... Ich hab gesprochen jetzt. Was macht der denn? Ja, jetzt wissen sie halt bescheid. Jetzt wollen sie sich nach oben. Aber die anderen beiden kommen auch noch von hinten an. Das heißt, wir haben noch bessere Chancen gleich. Wir müssen nur folgendes machen. Jetzt, da er weiß, dass wir hier Dingens haben, müssen wir das folgendermaßen machen und so noch eine Barrikade bauen. Guckst du mal auf die drauf so ein bisschen? Was passiert mit dem? Ja, ich baue auch gerade auf die andere Seite. Okay. Also hinten können wir nicht weg, ne? Ja, stimmt. Geil, ey. Aber die anderen beiden kommen auch noch jetzt. Bist du auch? Die anderen beiden kommen auch noch jetzt? Ja, jetzt kommen die Eier geflogen da. Oh, jetzt werfen die schon mit Eiern und Schneewellen. Ich bin wieder full life wenigstens. Das ist schon mal wichtig. Okay. Das ist super. Ich mach noch mal kurz hier eine Wand. Das heißt, wir können uns jetzt so was von frei bewegen. Ohne Probleme. Oh, der eine ist... Alter. Alter. Okay, das ist spannend. Wenn der Diatrib wenigstens tot ist. Ja, dann versuch den Sub einzusammeln von ihm. Vielleicht... Ja, lass das irgendwie... Können wir versuchen... Oh Gott. Ich hab einen getötet wenigstens. Oh, nicht zu sterben. Ich hab ihn getötet. Okay, weg, weg, weg nach hinten. Warte. Jawohl, ich hab den Kill. Geil. Die wissen das aber nicht, die beiden. Die wissen das nicht. Ja, aber egal, egal, egal. Er kommt trotzdem... Super, er ist down. Ich bin... Ah, wie schnell ich down bin, Alter. Wie schnell ich down bin. Ich hab halt keine Rüstung angehabt. Nix hab ich angehabt. Aber der eine ist down. Der safe down. Ja, ja. Bleib da. Ne, doch nicht. Bleib da. Ne, noch nicht, noch nicht. Wir haben noch ein paar vor uns, so. Aber eigentlich jeder, der weiß, wo ich bin. Wenn ich down bin, ey. Drei Hits war ich down. Ich konnte nix tun. Was muss ich machen? Du musst halt gleich... Äh, gleich einfach, wenn der... Wenn der den Block über dir abbaut, einfach zur Seite gehen. Da ist, hab ich ja extra einen zwei Hodenblock, den gebaut, ne? Einfach zur Seite, ganz, ganz zur Seite gelaufen und dann den Weg abbauen. Genau. Wenn er gleich sneakt dich und wenn er den Block oben abbaut, gleich über dir... Pass auf, gleich, 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 gleich und dann einfach den Weg abbauen. Er baut sich oben nochmal eine kleine Barrikade. Jetzt hier in die Ecke, ne? Nein, 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 nein. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, pass auf. Ja, er kann nicht viel machen gerade. Er kann nicht viel machen, alles super. Warte, er, er chillt da, er chillt da. Der geht runter, der Block, normalerweise. Ich mach extra hier so. Nein, nein, damit der das TNT... Aber der wird da runtergeflogen, oder? Damit das TNT da drauf fällt. Aber es wird da runtergeflogen, das TNT. Da war doch kein Block vorher. Ja, guck mal, easy, immer noch alles. Tja, kriegst du nicht weg, Typ. Nice, super, wichtig. Nice, Alter. Jawoll. Aufpassen, jetzt nochmal, jetzt nochmal, abwauen, 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 abwauen. Super, nice. Mach den anderen Block, mach die Blöcke einfach komplett weg, dann kann er nichts mehr unterdroppen. Nur noch halt bei dir auf dem Weg, aber dann baust du einfach schnell wieder, ja? Pass auf. Jetzt musst du gleich schnell einbauen, wahrscheinlich. Ja, bau einfach schnell. Schnell, schnell, schnell. Super, nice. Richtig, so ist es richtig, Alter. So ist es richtig. So fuckt man jeden Gegner ab, ohne Witz. Ich liebe sie. Warte, hier ist kein Block mehr. Hast du nicht, hast du nicht noch eine Angel? Nö. Nö, nö. Hast du nicht eine Craften, schnell? Nee, ich habe keine Workbench. Ach, was denn weg? Und bauen, 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 schnell, 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 super. Nice, super. Es ist so ein Abfuck. Und wenn er unterkommt, sofort abbauen den Weg, ne? Sofort, instant. Und die anderen müssten auch noch gleich irgendwann kommen. Jetzt, jetzt, er kommt. Nee, nee, er geht wieder hoch. Es lebt noch ein Team, es hat nur noch einzelne. Also nur noch ein Team. Soll ich das hier abbauen, hier vor mir, das hier? Nee, nee, lass es noch mal, lass, ja, ja, okay. Ja, ja, das ist super, so ist super. Er ist Schneewelle. Komm, wirf mich ab, ey. Ja, egal. Wirf mich ab. Du bist, du bist da halt safe, so. Du kannst, das ist halt die Border, die ist halt einfach göttlich. Ey, da hast du ja quasi jede Runde gewinnen. Göttliche Border der Gottheit. Warum beleidigt ihr einen? Im Toten-Chat ist irgendwie ganz, ganz komisch. Sachen gehen da vor sich. Nee, deine Mutter ist voll nett. Nee, bist du nicht. Deine Mutter ist fett. Ja, ich weiß. Super, steht dem Motto. Okay, okay, okay. Der Typ ist noch da, der Smurf, der Surf. Hä, ich verstehe gar nicht. Also, wenn ich jetzt er wäre, ne? Ich hätte so keinen Bock mehr gehabt. Ich wäre einfach gegangen. Okay, noch ein Team und ihr zwei so. Der kann ja erst mal ein bisschen verrotten. Das wird gleich ein Viererkampf wahrscheinlich da oben an der Ecke. Okay, ich kann mal kurz, ich bin grad nicht beide, ja? Ich schau kurz, wo die anderen beiden sind, so. Komm doch da weg, schreibt er. In der Mitte sind die beiden. Ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt genickt. Aber die blauen sind beide full Diamonds, so. Ey, du bist ja in meinem Clan, Alter. Na ja, ich weiß gar nicht, ob ich genickt bin. Ähm, ich glaube schon, ja. Ich hoffe, ne? Das wäre sonst richtig scheiße jetzt. Okay, warte. Aber er macht gleich wahrscheinlich MLG, also Cupweb? Ne, doch nicht. Er will irgendwas mit Cupweb machen. Wenn er es macht, weiß ich einfach alles abbauen, was in... Jetzt kannst du alles abbauen gehen. Unten und oben, schnell. Bau unten, unten, oben, ab. Ja, unten auch, unten auch. Schön, genauso, genauso, genauso. Und jetzt hast du ihn gleich. Ja! Hast du ihn? Ja! Es ist so, oh, fuck! Es ist so... Und jetzt noch... Jetzt brauchst du... Jetzt machst du alles wieder parat, ja? So, die beiden kommen nämlich gleich, so. Echt jetzt? Alles wieder auf Anfangen. Ja, dauert noch ein bisschen. Ohne Sicherheit. Es wird so ausrasten, wenn mich so einer holt, ne? Ey. Mach vor allem auch... Geh mal kurz nach oben, mach die ganzen Sachen weg, so. Die ganzen Blöcke oben. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ich sag dir, wenn du runter musst, okay? Okay. Also eigentlich schon recht bald. Du hast noch nicht mehr so viel Zeit. Scheiße. Geh ein bisschen in die Mitte hin zu dem. Ja, geh ein bisschen zu ihm in die Mitte, damit er... Und baue am besten alles ab. Er will über mich, glaube ich. Ja, okay, 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 okay. Alles gut. Ich sehe ihn halt nicht. Pass auf. Er ist über dir. Geh mal über dir. Wart ab. Aufpass, der Wart ab. Bau zu, bau zu, bau zu, bau zu. Er kommt runter. Jetzt bau ab, bau ab, bau ab. Ja! 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 Wir haben gewonnen! Yes! Alter! Alter! Ja! GG, Alter! GG! Yes, Leute! Wir haben gewonnen, Leute! Lasst einen Fettchen Liker ohne Wiss für die Folge. Wir haben es einfach in Insta geschafft. Schaut beim Andy an vorbei. Das lohnt sich. Ohne dich hätte ich es niemals so geschafft. Leute, schaut bei ihm vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Lasst einen Liker. Bis dann. Und ciao, Leute.